Ja, kurz was nachgucken, noch geschwind. Ja, kurz was nachgucken. Alter, jetzt probiere ich das und hoffe, dass ich nicht rausflick. Ja, bei Rapid gibt es keine Neuzugange, man spielt. Der spielt nicht mehr. Genauso wie im Vorjahr. Den habe ich doch rausgehauen. Den habe ich rausgehauen eigentlich, glaube ich. Egal, er ist auf Ressierfe. Der spielt nicht mehr. Der spielt nicht mehr. Der spielt nicht mehr. Der spielt nicht mehr. 1 zu 0 der europa meister hier einige ja dabei oder wieso spielt der da das ist ok Gut, da passt jetzt einiges nicht. Aber wurscht. Jetzt ist es geschehen. Wenn es da nicht gefallen, hätte ich gesagt, machen wir neu. Bitte, aber ist wurscht. Wir können ja trotzdem neu machen. Halt mit 1,0. Dass du es rein hast, meinst du? Nein, einfach. Komm, mach, mach. Meine Spieler sind nicht mit teilweise. Zisch ist im Sturm. Den habe ich, glaube ich, gar nicht aufgestellt gehabt. So war das nicht. Genau, so war das. So war das. So war das. Ich gebe dann Ball und haus am besten gleich rein am Anfang. Nein, dann sind wir einfach so dazu und spielen wir. Okay. Sonst hast du das wieder zahlt und dann ist es vielleicht wieder über vier Minuten. und dann kann man gleich sagen, das ist alles Null. Okay. Danke. Oh, ja, da. Oh, ja, da. Und dann ist es los. oder mit krass kassel gelöscht ich habe das so gut aber fast schon werde ich das probieren ein, zwei Teams noch und wie hast du es weggekriegt? nix, haben wir dazwischen nicht mehr gelöscht und irgendwie anders so wie sie gesagt haben die Jungs immer die anderen vorlagen löschen das hat bei mir nix genutzt bis jetzt wie hast du es weggekriegt? zwei, dreimal ok dann war ich ganz cool die Jungs noch zwei, drei, zweicke ich guck,igile drei, zwei, drei, zwei, drei zwei, zwei, drei, 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 vier Na gut, aber jetzt. Erneut Zugang hat es gegeben, einer spielt Start. Oh, okay. Ja, mit dem 1 zu 0 im Rücken ist das schon eine gute Geschichte. Start. Ein paar Meter vor. Und wieder spielen. Hier. Ja, Rapid eben auf diesen Kader mal festgehalten. Wir wollen auf diesen Kader festhalten, dass ich der jetzt einspiele mal. Letztes Jahr schon sehr gut gespielt. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Hier ist Ausgleich. Na, halbe Stunde zieht mir nicht spät. Eins, zwei, eins. Oh. Ja, Ajax schießt sich schön langsam ein. Bisschen trotzdem Entlastung. Stark von. Da hat sie jetzt vernetzt. Trotzdem starke Einsatzhunden. Na, da. Na, da. Nicht, dass das ausschaut. Nicht, dass das ausschaut. Nicht, dass das ausschaut. Ja, schön gemacht. Was? Der! 2,2,1, Rapid, übernimmt wieder die Führung. Ja, schön gemacht. Ja, schön gemacht. Wer ist das? Wer ist? Hoffmann. Hoffmann. Ja, bei dir jetzt schön gedreht. Kurz in der Trainphase von Alex reingefallen. Schön. 4,1. Ja, schön. Ja, keine wechseln. Den hat man ja schon machen müssen. Dann gibt es einen Neuzugang vom FC Barcelona. Son wird hier ab dieser Saison spielen. Und dann. Ich darf mal, stell dir mal vor. Genau. Ich bin der Steffa. Schätze? Ich bin der Son. Von wem? Na, der Son. Aber von wem? Christian von germen. actischei. Imnecurtis. 4,2. Okay. Stoppage. Nein! 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 Das gibt's ja nicht, Leute! Ja, gekau mal, wie oft kommt der Bahn noch zurück! Schoß, Berger! So, wechseln. Doppelwechsel. So, auch so wie es Berger geht. Genauso wie Krankel. So, wechseln. 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 Vielen Dank. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.